So, für die Schattierung unseres Charakters werde ich jetzt als allererstes mal sämtliche Flächen, die wir hier definiert haben, so einstellen, dass deren Transparenz geschützt ist. Dafür gibt es diese kleine Schaltfläche hier oben in der Ebenenpalette und bei der gruppierten Ebene brauchen wir das nicht tun, denn die orientiert sich eher an der Transparenz der Ebene, unter die sie gruppiert ist. Aber bei allen anderen Ebenen wollen wir das mal gerade machen. So, alle Transparenzen geschützt, es kann losgehen. Beim Schattieren gehe ich gerne schrittweise vor. Das sieht dann so aus, dass ich erstmal die Farbe aufnehme, die schon existiert an der Stelle. Die habe ich ja beim Befüllen der Flächen definiert. Und was vielleicht erwähnenswert ist, dass ich versuche, beim Befüllen der Flächen immer einen ausgewogenen mittleren Farbton zu wählen, der die lokale Farbe dort definiert. Und ich nehme mir als erstes also diesen Ton. Und um jetzt zu schattieren, wähle ich im Farbwähler einen Ton, der einfach ein wenig dunkler ist. Und jetzt geht es darum, Volumen in die ganze Geschichte zu bringen und Details auf der Oberfläche auszuarbeiten über Schattierungen, die in der reinen Flächigkeit so nicht auftauchen. Also bei den Haaren geht es jetzt vor allen Dingen darum, einzelne Haarsträhnen herauszuarbeiten. So. Und dabei darf man ruhig im Hinterkopf behalten, dass nicht die einzige Farbe ist, mit der wir startieren werden. Das heißt, man darf auch ruhig mal größere Bereiche, wie ich es jetzt hier machen werde, direkt abdunkeln. Wir können jederzeit auch noch einen dunkleren Ton nehmen, um dann in diesem Bereich wiederum mehr Varianz zu bringen. Beim Schattieren von Haaren, auch in so einer ganz einfachen, stilisierten Form, kann man sich grob an folgende Regel halten. Am Ansatz dunkel, an den Spitzen dunkel. Dazwischen darf es hier ruhig einen Farbverlauf geben. Das kann man sehr schön beobachten an Haaren. Da ergeben sich immer so ringförmige Reflektionen und die befinden sich in der Regel an der Stelle der Haare, wo sie am stärksten gekrümmt sind. Und das heißt, wenn jetzt die Haare so gekrümmt vom Scheitel verlaufen bis zu den Haarspitzen, dann befindet sich diese Reflektion in der Regel in der Mitte. Und da man die einzelnen Haare nicht einzeln betrachten darf in diesem Fall, sondern immer Haarsträhnen betrachten sollte, kann man hier auch wirklich darauf achten, dass diese Reflektion in der Mitte der Haarsträhne zu liegen kommt. Jetzt habe ich die helle Haarfläche als Grundlage gehabt und habe jetzt dunkel drauf schattiert. Ich kann jetzt jederzeit aber auch wieder in die andere Richtung arbeiten. Also ich kann jetzt hier den helleren Haarton aufnehmen und kann wiederum in die dunkleren Bereiche reinarbeiten und so immer mehr definieren, wie denn diese Form im Inneren aufgebaut ist. Auch hier kann ich auf die Art und Weise dafür sorgen, dass das Ganze noch ein bisschen ausgefranster wirkt. Und ich kann aber jederzeit auch wieder über die Pipette den anderen Ton aufnehmen und jetzt wieder den helleren. Und so ist das eigentlich dann immer ein Hin und Her. Man nimmt den helleren, man nimmt den dunkleren und man schnitzt sich das Ganze so weit zurecht, bis es funktioniert. Und jetzt nehme ich mir wieder den dunkelsten Ton auf und im Farbwähler nehme ich mir jetzt einen noch dunkleren Ton, um jetzt innerhalb der dunklen Flächen akzentuieren zu können. Das meinte ich eben damit, als ich sagte, dass man ruhig auch mal eine Fläche größer füllen kann, weil man dann die Möglichkeit hat, mit einem noch dunkleren Ton in dieser dunklen Fläche noch weitere Details zu erzeugen. Und ich versuche jetzt hier sozusagen einen Farbverlauf über den Verlauf der einzelnen Haarsträhnen zu erzeugen. Die sind an einer Spitze am dunkelsten und am Ansatz am dunkelsten. Und mit jedem Ton, den ich hier jetzt zusätzlich verwende, kann ich diesen Farbverlauf betonen. So. Im Gegenzug zu diesem dunklen Ton kann ich auch einen helleren Ton mir auswählen. Dann nehme ich hier den hellsten Haarton auf und werde hier einfach ein bisschen heller im Farbwähler. Ich kann außerdem zusätzlich noch ein bisschen den Farbwert verschieben, sodass jetzt dieser Ton nicht nur heller ist, sondern auch ein bisschen, ja, ich sehe gerade, dass es fast ein bisschen grünlich ist. Also der Schuss ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Das mache ich nochmal rückgängig. Ja, nee, wir bleiben lieber so in dem Bereich hier. So. Naja, gut. Und jetzt können wir nämlich dem Prinzip folgen, die Haarsträhnen sind in der Mitte am hellsten und setzen jetzt hier in die hellen Bereiche nochmal ein entsprechendes Highlight. Jetzt stellen wir sicherlich fest, dass wir hier sehr klare Trennungen haben zwischen den einzelnen Abschattierungen und das sieht so ein bisschen streifig aus. Und um das zu verschönern, können wir uns jetzt einen Farbton nehmen, die Deckkraft unseres Pinsels hinabsenken, zum Beispiel auf 30 Prozent, sagen wir 40 Prozent und jetzt mit diesem Ton in dieses Schwarz hineinarbeiten und das ein paar Mal wiederholen. Und so entsteht letztendlich eine Abtönung. Und das können wir jetzt auch mal mit diesem helleren Ton machen, mit dem wir jetzt hier in das dunklere Braun reingehen und auch nochmal über unsere aufgehellten Punkte hier. Und dadurch verschmelzen diese Farbaufträge langsam miteinander. Es gibt auch durchaus Künstler, die hierzu gerne den Wischfinger verwenden. Da ist auch nicht viel gegen zu sagen, außer dass der Wischfinger manchmal wirklich danach aussieht, als wären die Sachen verschmiert und nicht so sehr, als wären sie in einzelnen Schichten gemalt. Da muss man immer gucken, was einem selbst vom Ergebnis her am meisten zusagt. Der Wischfinger hat da durchaus seine Berechtigung an der Stelle, aber muss nicht immer unbedingt zum besten Ergebnis führen. Jetzt nehme ich den ganz dunkelsten Ton und versuche damit hier innerhalb der Strähnen auch noch so ein paar untergeordnete Strähnen zu definieren. Und in der Endphase so einer Schattierung von so einem Bereich, es ist dann eigentlich alles erlaubt. Da kann man seiner Intuition auch mal so ein bisschen folgen und verschiedene Farben aufnehmen und damit dann nochmal reinmalen, bis man dann an einem Ergebnis angekommen ist. Da kann man dann nochmal rauszoomen, wo man sagt, ja, das funktioniert so für mich, das können wir erstmal so lassen und damit hätten wir für die Haare schon mal ein ganz gutes Ergebnis erzielt. Vielen Dank. Vielen Dank.